In einem meiner letzten Videos habe ich erklärt, wie der Rentenfreibetrag ermittelt wird. Dieses Video fand sehr großen Anklang, vielen Dank dafür. Folgende Frage wurde zu diesem Video jedoch häufig gestellt. Wie wird der Rentenfreibetrag ermittelt, wenn ich vorher schon eine Erwerbsminderungsrente bezogen habe? Gilt für den lebenslangen Steuerfreibetrag der Prozentsatz bei Beginn der Erwerbsminderungsrente? Oder gilt vielleicht der wesentlich niedrigere Prozentsatz bei Beginn der Altersrente? Welcher Prozentsatz zählt, das erkläre ich Ihnen in diesem Video. Vorab schon, ich habe gute Nachrichten, also bleiben Sie unbedingt dran. In diesem Video habe ich Ihnen erklärt, wie Sie den lebenslangen Rentenfreibetrag ermitteln. Nun ist es aber so, dass viele Steuerpflichtige vor Bezug der Altersrente eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Was passiert nun aber nach Erreichen der Altersgrenze für die Altersrente mit dem Altenfreibetrag, der für die Erwerbsminderungsrente galt? Wie immer im Steuerrecht ist es eigentlich ganz einfach, man muss es Ihnen nur verständlich erklären. Ihre Erwerbsminderungsrente wird spätestens nach Vollendung des 65. bzw. 67. Lebensjahres in die Regelaltersrente umgewandelt. Für die Altersrente wird der Rentenfreibetrag neu festgesetzt. Wenn Sie wissen möchten, wie der lebenslang steuerfreie Rentenfreibetrag berechnet wird, schauen Sie sich bitte zuerst dieses Video an, denn auf diese Details gehe ich hier nicht nochmal erneut ein. Bei der Neufestsetzung kommt aber eine Sonderregelung zur Anwendung, die für Renten gilt, die nach dem 31.12.2004 aus derselben Versicherung einander nachfolgen. Zum Beispiel die Altersrente, die anstelle der zuvor gezahlten Erwerbsminderungsrente folgt. In diesen Fällen richtet sich der Prozentsatz zur Ermittlung des Steuerfreibetrags der nachfolgenden Rente nach dem Jahr, das sich rechnerisch ergibt, wenn die Laufzeit der vorhergehenden Rente von dem Jahr des Beginns der späteren Rente abgezogen wird. Mindestens jedoch ist der Prozentsatz des Jahres 2005 von 50% anzusetzen. Die Finanzverwaltung zieht zur Ermittlung des prozentualen Steuerfreibetrags vom tatsächlichen Rentenbeginn der Folgerente die Laufzeit der vorhergehenden Rente ab. Der Rentenfreibetrag für die Erwerbsminderungsrente wird im Jahr der Umwandlung in dem Verhältnis angepasst, in dem der Gesamtbetrag der Erwerbsminderungsrente in dem Jahr zum Jahresrentenbetrag bei Ermittlung des ursprünglichen Rentenfreibetrags steht. Ja, ich weiß, das hört sich extrem kompliziert an. Keine Sorge, ich bringe Ihnen gleich ein Beispiel. Regelmäßige Anpassungen bleiben bei der Neuberechnung außer Betracht. Kommen wir endlich zum Praxisbeispiel. Peter erhält seit dem 01.09.2005 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, die verlängert wurde. Im Jahr 2006 betrug die Rente 12 mal 600 Euro, macht 7.200 Euro. Rentenfreibetrag somit 50% von 7.200 Euro, macht 3.600 Euro. Ab 01.10.2021 wurde die Erwerbsunfähigkeitsrente in eine Regelaltersrente umgewandelt. Die Regelaltersrente beträgt in den Jahren 2021 und 2022 monatlich 1.000 Euro. Im Jahr 2021 somit 3.000 Euro, im Jahr 2022 12.000 Euro. Im Jahr 2021 betrug die Erwerbsminderungsrente 5.400 Euro, nämlich 9 mal die vorhin angesprochenen 600 Euro. Obwohl die Altersrente von Peter 2021 begann, beträgt der Besteuerungsanteil nur 50% und nicht 81%, wie das bei einem Rentenbeginn 2021 eigentlich der Fall wäre. Oder anders gesagt, der Steuerfreibetrag beträgt in diesem Fall 50% und nicht nur 19%. Peter muss also folgende Beträge versteuern. Im Jahr 2021. Zuerst muss der Freibetrag der Erwerbsminderungsrente angepasst werden. Der Freibetrag betrug bisher 3.600 Euro. Peter hat in 2021 für 9 Monate Erwerbsminderungsrente und für 3 Monate Altersrente bezogen. Also erhält er in 2021 9 Zwölftel des Freibetrags für die Erwerbsminderungsrente. Also 9 Zwölftel von 3.600 Euro macht 2.700 Euro. Dann wird der Freibetrag für die Altersrente ermittelt. Der Rentenfreibetrag 2021 für die Altersrente beträgt 50% von 3.000 Euro, also 1.500 Euro. 50% da die Laufzeit der Erwerbsminderungsrente 15 Jahre und ein paar Monate betrug. Und wenn diese Laufzeit von dem Jahr des Rentenbeginns, also 2021, abgezogen wird, landen wir bei dem Prozentsatz, der für 2005 galt. Also 50%. Peter muss in 2021 somit folgenden Rentenbetrag versteuern. 5.400 Euro Erwerbsminderungsrente abzüglich anteiligem Freibetrag von 2.700 Euro. 3.000 Euro Regelaltersrente abzüglich dem Freibetrag, den wir gerade ausgerechnet haben, von 1.500 Euro. Abzüglich 102 Euro Werbungskostenpauschale macht 4.098 Euro. Natürlich kann Peter auch noch Krankenversicherung, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung und so weiter von der Steuer absetzen. Aus Gründen der Einfachheit lasse ich das hier aber weg. Hätte Peter keine weiteren Einkünfte, würde sein Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags liegen und somit müsste er keine Steuern zahlen. Im Jahr 2022 muss Peter folgende Rentenbeträge versteuern. Peter erhält 2022 eine Altersrente in Höhe von 12 mal 1.000 Euro, also 12.000 Euro. Der Rentenfreibetrag für 2021 und Folgejahre beträgt 50 Prozent. 50 Prozent von 12.000 Euro sind 6.000 Euro. Das ist übrigens auch der Freibetrag, der Peter jetzt lebenslänglich festgeschrieben erhält. Somit 12.000 Euro abzüglich 6.000 Euro Rentenfreibetrag, abzüglich 102 Euro Werbungskostenpauschale, verbleiben 5.898 Euro zuversteuernde Rente. Da in diesem Beispiel das zuversteuernde Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegt, würde keine Steuer anfallen. Wird die Altersrente nicht direkt im Anschluss an die Erwerbsminderungsrente gezahlt, ermittelt das Finanzamt einen fiktiven Rentenbeginn, indem es vom tatsächlichen Rentenbeginn der Folgerente die Laufzeit der vorhergehenden Rente abzieht. Dieser fiktive Rentenbeginn ist dann für die Ermittlung des Besteuerungsanteils der Altersrente maßgebend. Der Besteuerungsanteil beträgt aber natürlich immer mindestens 50 Prozent. Renten, die vor dem 1. Januar 2005 geendet haben, werden nicht als vorhergehende Renten behandelt. Nochmal kurz zusammengefasst. Rentner, die vor ihrer Altersrente bereits beispielsweise eine Erwerbsminderungsrente bezogen haben, werden nicht dadurch benachteiligt, dass sie nur den niedrigeren Steuerfreibetrag für das Jahr des Beginns der Altersrente geltend machen können. Die Laufzeit der vorherigen Rente, wie beispielsweise eine Erwerbsminderungsrente, wird angerechnet. So wird dann ein fiktives Jahr des Rentenbeginns ermittelt und dieser für sie steuerlich wesentlich bessere Prozentsatz kommt dann für die Ermittlung des lebenslangen Steuerfreibetrags für ihre Altersrente zum Tragen. Alle meine Steuertipps finden Sie im Übrigen in meinen Büchern. Wo Sie diese für nur 12,95 Euro kaufen können, habe ich Ihnen unten in die Videobeschreibung gestellt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video helfen. Falls Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie diese gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war es von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.